Hallihallo, eine weitere Episode meines C++ Tutorials. In dieser Episode schauen wir uns den sogenannten Unique Pointer an. Der Unique Pointer verhält sich zunächst mal genauso wie der Shared Pointer, allerdings mit dem Unterschied, dass das gepointete Objekt immer nur von einem einzigen Unique Pointer gepointet werden kann und von keinem anderen Shared Pointer. Das kann manchmal sinnvoll sein, auf die Art und Weise kann man wirklich sicherstellen, dass das gepointete Objekt wirklich meins ist an dieser Stelle und nicht noch irgendwer anders da drin eventuell rumwurstelt. So, und das machen wir über folgendes. STD Unique Pointer von A, zum Beispiel wieder A, ist New A, und zwar von Hugo wieder. So, und jetzt können wir hier eben nicht mehr so was machen, zum Beispiel STD Unique Pointer von A, B ist A. Da macht bereits der Compiler hier Probleme, denn das würde ja dafür sorgen, dass jetzt hier dieses New A wirklich von A und von B gepointet werden würde. Und genau das wollen wir ja bei einem Unique Pointer nicht. Bei einem Unique Pointer wollen wir dafür sorgen, dass immer nur einer dieser Unique Pointer auf dieses Objekt referenziert. Und natürlich auch kein anderer Shared Pointer oder so. So, was allerdings geht, ist STD Move A. Das sorgt dafür, dass das, worauf das jetzt zeigt, dieses New A, wird jetzt in dieses B gemoved. Das heißt, B zeigt jetzt da drauf, aber A nicht mehr. Ja, also sozusagen die Referenz von A, die wird dann einfach zum Null Pointer an der Stelle, sobald wir das hier eben rüber gemoved haben. Und auch dann haben wir immer noch keinen Bruch von diesem Unique Pointer, denn es ist jetzt natürlich wieder der Fall, dass wieder nur ein Unique Pointer drauf zeigt, nämlich in diesem Fall unser B. So, und hier können wir natürlich auch Zeug machen. B, du, stuff. Auch das funktioniert ganz normal. So. Und hier haben wir wieder den Hallo Hugo. A, do stuff, dürften wir an der Stelle natürlich nicht machen. Da kriegen wir dann natürlich wieder eine Null Pointer Exception, denn A ist ja ab hier dann tatsächlich der Null Pointer. Hier muss man allerdings jetzt noch auf eine Kleinigkeit achten, ja, denn man kann hier auch noch das ganze Ad Absurdum irgendwie führen, indem man zum Beispiel hier macht, A Stern, neues A, neues A ist gleich new A von Peter. So. Und wenn wir jetzt dieses neues A hier reingeben würden, dann würde das ganze Programm zwar immer noch funktionieren, also wenn ich es jetzt ausführe, dann funktioniert es immer noch. Das Problem ist allerdings natürlich an dieser Stelle, dass wir jetzt plötzlich einen normalen Pointer haben, der ebenfalls auch das gleiche Objekt hier an der Stelle referenziert. Das wollen wir natürlich nicht. Das würde, ja, wie gesagt, das ganze Ding Ad Absurdum führen. Wir wollen, dass immer nur ein Unique Pointer drauf zeigt, deswegen sowas hier bitte nicht machen, sondern eben diese ursprüngliche Variante, mit der Steuerung Z mache ich hier mal. Gut, das war es schon wieder zu diesen Unique Pointern. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.